Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 43.500 US-Dollar, ein erneuter Pump. Wir haben diesen wichtigen Preisbereich gestern bei 43.300 US-Dollar durchbrechen können, auch mit sehr, sehr viel Volumen. Ob damit jetzt die Korrektur erst einmal abgeschrieben ist, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen, außerdem wo wir eventuell nochmal neue Long-Positionen planen können. Und was war gestern mit den Aktienmärkten los? Kommt jetzt doch irgendwie der Dump? Und auch da werden wir natürlich mal einen ganz kurzen Blick darauf werfen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht. Und wie gesagt, gerne auch in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale und die neuesten Trades, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und wenn ihr das alles nachtraden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX weiterempfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto und auch die Stockmärkte traden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass dieser Preisbereich um 43.500, 43.300 US-Dollar extrem wichtig sein wird, damit wir hier grundsätzlich bullisch sind. Das kam dann auch gestern so gegen, von der Uhrzeit her, 14 Uhr, haben wir dann diesen immensen Pump nach oben hin bekommen, bis in Spitze auf 44.300 US-Dollar. Das heißt, wir haben diese Hochs hier drüben erst einmal komplett abgehobelt und dort lag auch eine Menge Liquidität. Gestern in der Telegram-Gruppe, ich weiß nicht mehr wann, es war irgendjemand, hat es nochmal gepostet, dass die ganze Liquidität hier auf jeden Fall erstmal abgearbeitet wurde. War auch wichtig so. Muss mal gucken, ob ich es hier noch irgendwo finde. Ist egal. Finde ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall lag hier oben die meiste Liquidität. Die wurde jetzt erstmal abgearbeitet. Und jetzt traden wir hier um unseren derzeitigen Support-Bereich. Ich habe die letzten Tage immer wieder gesagt, eine Korrektur sollte kommen. Eine Korrektur kann aber auch seitwärts kommen. Und uns läuft langsam aber sicher die Zeit für eine Korrektur weg. Long-Position läuft, alles schön und gut. Aber umso länger wir uns in dieser Range hier weiterhin befinden, desto länger oder desto unwahrscheinlicher wird eben, dass wir nochmal einen größeren Dump sehen. Wenn, dann muss es entweder heute oder morgen hin passieren. Und die Stockmärkte haben uns da möglicherweise schon mal den ersten kleinen Vorschuss gestern gegeben. Wir sehen eine riesige rote Candle für den Nasdaq. Die größte, glaube ich, seit zwei oder drei Monaten in Form von 1,68%. Das könnte jetzt mittlerweile so die kleine Trendwende sein, auf die wir jetzt schon länger gewartet haben. Beim S&P 500 sehen wir das auf dem 4-Stunden-Timeframe. Auf dem 1-Stunden-Timeframe sieht es nochmal ein bisschen dramatischer aus. Alles noch okay. Könnte natürlich auch heute für unseren DAX-Trade sehr, sehr interessant werden, ob wir möglicherweise doch nochmal vor Weihnachten einen kleinen Crash bekommen. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an jetzt im Laufe des heutigen Tages. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen könnten. Ich glaube noch nicht, dass diese Bewegung, die wir jetzt hier haben, vor allem diese ganze Volumenansammlung, die wir jetzt hier zuletzt immer hatten, mit diesen ganzen Wigs, die immer wieder aufgekauft wurden, das ist das schon wahr. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir nochmal Richtung zumindest mal 40.000 bis wie gesagt 38.000 US-Dollar noch einmal fallen können und dort weiterhin nochmal die Chance haben könnten für eine Long-Position. So, jetzt machen wir uns nochmal den Trader-Reality-Indikator an, schauen uns da mal an, okay, wo sind wichtige Key-Levels. Wir haben natürlich hier unseren 4-Stunden-Wave-Trend, der hier momentan bei ca. 42.000, 72.000 wäre schön, 42.300 US-Dollar bis 42.700 US-Dollar liegt. Dort liegt auch unser Yesterday-Low, was auch noch sehr, sehr interessant ist. Unser Last-Week-Low liegt derzeit bei 40k. Also das sind momentan die Preis-Level, die ich jetzt momentan mal so ein bisschen im Blick habe. Wir haben hier noch eine Vector-Candle, wir haben hier noch eine, die nicht ganz aufgefüllt wurde und hier unten zumindest auf dem 4-Stunden-Timeframe. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf dem 1-Stunden-Timeframe an. Dort sieht es ein bisschen ruhiger aus, haben wir aber auch noch in dem Bereich um 41.000 und natürlich die von gestern von 43.000 US-Dollar. Also das sind so die Zonen, auf die es heute extrem ankommen wird. Rücksetzer bis 42.800 US-Dollar würde laut 4-Stunden und 1-Stunden auf jeden Fall sehr, sehr gut passen, um nochmal eine kleine Long zu probieren, um dann möglicherweise die letzte Korrektur zu sehen. Fragezeichen werden wir dann sehen. Und ansonsten, wie gesagt, bleibe ich dabei. Wir haben hier unten noch sehr, sehr viele Level, die es anzulaufen gibt. Bis 41.000 oder sogar hier eben tiefer, da seht ihr genauso, bis 38.000 US-Dollar oder sogar unter 38.000 US-Dollar haben wir noch einige Vektor-Candles, die es zu füllen gäbe. Grundsätzlich muss nicht kommen, aber grundsätzlich würde sich eben diese grüne Box weiterhin sehr, sehr stark anbieten. Dafür müsste aber dann heute nochmal entweder ein bisschen fatt kommen, womit ich ja schon die ganzen letzten eineinhalb Wochen damit rechne, dass wir irgendwie noch irgendeine Fatt-News kriegen, die da nochmal reinbrechert, um die Kurse nochmal etwas zum Einbrechen zu kriegen. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, wir sehen nochmal eine Korrektur oder sagt ihr, das war es jetzt? Ganz ehrlich, mir ist es wurscht. Ich habe genug BTC mittlerweile gekauft. Ich kaufe auch weiterhin täglich, daran ändert sich nichts. Momentan warte ich einfach nur darauf, um hier möglicherweise nochmal einen besseren Entry zu kriegen für eine Swing-Position. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Wie gesagt, kurzfristig das Level heute, was im Blick behalten werden sollte, liegt hier auf jeden Fall zwischen 43.000 und 42.700 US-Dollar. Vektor-Candles, Wave-Trend, der hier unten noch auch liegt. Und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz den Trend an nach Fibonacci. Danach hätten wir sogar noch Luft bis 42.000 US-Dollar, würde aber meiner Meinung nach mit einem tieferen Tief dann sowieso alles beenden. Dann müssen wir uns eher daran gewöhnen, dass es dann doch nochmal Richtung 40.000 US-Dollar runtergeht. Ansonsten gibt es, wie gesagt, wenig zu sagen. Weiter tägliche BTC-Käufe. Wenn sich da irgendwas ändern sollte, werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Ansonsten gehen wir rüber zu Ethereum. Hier können wir es eigentlich kurz und knapp halten. Wir sehen hier eigentlich gar keine Bewegung. Bitcoin deutlich, deutlich bullischer, wenn wir uns das mal angucken. Bitcoin mit einem laufenden Aufwärtstrend. Ethereum eher so mit einer kleineren Seitwärtsphase. Die Long-Position hier unten lassen wir mal noch drin bei 2.113 US-Dollar, nachdem sie hier minimal nicht abgefischt wurde. Müssen wir mal noch ein bisschen gucken. Auch hier mal ganz kurz der Blick auf Trader's Reality. Wie sieht es dort aus? Dort sind wir sogar unter dem Trend gefallen. Unser Last Week Low liegt eben auch noch hier in diesem Preisbereich. Und eben unsere Vector Candle wurde auch noch nicht aufgefüllt. Also all das würde heute nochmal dafür sprechen, dass wir zumindest bei Bitcoin Richtung 43.000 US-Dollar gehen. Ethereum Richtung 2.100 US-Dollar Maximum, um dann möglicherweise entweder einen komplett bullish Recarry zu bekommen. Also einen komplett bullischen Trend nach oben. Oder dann eben Trenddurchbruch und es ballert richtig nach unten. Und dazu kommen wir jetzt eben noch gleich nochmal wegen den Aktienmärkten. Unsere Short-Position beim DAX läuft weiterhin. Ihr seht hier oben, dass es der Stop-Loss nicht irritieren lassen. Der Stop-Loss liegt hier oben bei 17.080 Punkten. Denn dadurch, dass wir jetzt natürlich gestern Abend noch diesen Dump gesehen haben an den US-Aktienmärkten, könnte das jetzt auch dem DAX drohen. Und ich ganz ehrlich hätte nichts dagegen. Nachdem die drei Trades so bescheiden gelaufen sind, letzte Woche würde es nicht schaden. Wir sind zwar noch voll hier im Trend, was die Stockmärkte anbelangt. Also sehen wir auch alles noch ganz gut. Also es läuft eigentlich alles noch nach Plan. Kurze Korrektur, alles ausgeschwenkt. Aber es könnten die ersten Vorboten sein. Und auch interessant, machen wir hier nochmal ganz kurz den Indikator aus. Dow Jones auch unter unseren Trend gefallen. Also entweder knallt es nochmal richtig die nächsten zwei Tage. Oder es knallt zwischen Weihnachten und Silvester. Gut möglich, wer weiß das schon. Aber ansonsten war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Gibt sonst nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und natürlich gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, was ihr von der ganzen Sache momentan haltet. Dump oder Pump, kauft ihr nach, kauft ihr nicht nach. Schreibt es unten rein. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Es kommt nächste Woche eh nochmal ein ganz kurzes Video. Aber wo haben wir es? Wo haben wir es? Infos und Medien. Momentan, der Launch ist minimal verschoben bei New Eternal Live. Aber nur, ich sage jetzt mal ein paar Teile. Also Blockchain geht an den Start. ELC, also die Mining-Coins. Die Nell-Gesamt-App kommt. Die NFC-Cards kommen. Was sich nur nach hinten verschiebt, ist die KYC-Funktion in der Gesamt-App. Integration, L-Talk. Auch diese Talk-App, sowas wie WhatsApp. Und der Mining-Start für Miner. Und natürlich der Launch des Token. Verschiebt sich alles ein bisschen. Hat aber genügend Gründe, die ich nachvollziehen kann. Wegen dem US-Marketing-Start. Es soll ein Launchpad geben. Dann lest euch das alles gerne mal durch. Also überhaupt nicht bürgerisch. Ich sehe das eher längerfristig ein bisschen bullischer. Und da gibt es auch ein, zwei Aktionen. Wie zum Beispiel den Christmas-Bot mit extra Rendite. Und was auch geil ist, ihr könnt jetzt ab sofort dann, oder sollte jetzt dann die nächsten Tage kommen, Gold anonym über die Nell-Sex kaufen. Geil, geil. Wollte ich euch nochmal ganz kurz mitteilen. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns eventuell im Laufe des Tages nochmal. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe, Join. Das war's von mir. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.